Ja, ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Vlog. Mein Name ist Rinaldo Inabnit und ich bin zu Fuss unterwegs, um einmal um die Welt zu laufen und mache Prävention gegen Kindesmissbrauch. Somit, der Weg ist das Ziel und mein Ziel die Prävention. In diesem Vlog werden wir mich jetzt erleben, wie ich unendlich dankbar bin für diese Menschen, für diese Begegnungen, was ich auf diesem Weg erlebt habe. Des Weiteren habe ich ein ganz ganz herzliches Dankeschön auszusprechen an euch, liebe Familie Hellmann, s.m.l. Ich spreche den Namen nicht ganz aus, als Diskretionsgründer. Euch ganz herzlichen Dank, dass ich dieses Areal besuchen konnte. Wisst ihr welches Areal? Ich blende hier sicher mal ein Bild rein. Und das war ein super Anlass, ein super Ort und das Wetter hat mich super, super begleitet. An dieser Stelle euch nochmals allen einfach ein herzliches Dankeschön. Schaut jetzt diesen Vlog und wie immer unten im Link klickt den Link an. Kinderschutz, Prävention gegen Kindesmissbrauch. Dort werdet ihr sehen, was ich für Arbeit leiste zum Schutze der Kinder und möchte das euch inklusive meine Videos näher bringen zum Schutze unserer Kinder. Jetzt viel MAP und viel Vergnügen. So jetzt rein zum Kühlschrank. Ja, der nächste Tag ist angebrochen von meinem Freitag. Ich bin jetzt unterwegs ins City Center. Und das zieht sich natürlich in die Länge, weil alles flach gebaut ist. Das habe ich wahrscheinlich jetzt zum 758. Mal gesagt. Denn ich muss zum Vodafone. Gestern, oder besser gesagt vorgestern, war mein letzter Tag. Servus. Wo ich, ja, Internet hatte. Und auf dieser Strecke, wenn ich unterwegs bin, da brauche ich einfach Internet. Damit ich sehe, wo ich schlafen kann, wo ich hin kann, wo welche beste Route ist, wo allenfalls ein Veloweg ist und so weiter, brauche ich Internet. Und so bin ich unterwegs, dieses Dorf anzuschauen, diese City anzuschauen und hoffe, dass Vodafone mir noch für einen Monat Internetzugriff gewähren wird. So, das ist jetzt hier das City Center. So sehen City Centers in Neuseeland aus. Einfach eine Riesenstrasse, eine große Kreuzung. Und an der Kreuzung hat es ein Meck, ein Burger, ein Lebensmittelgeschäft, eine Tankstelle. Und dann, wenn man etwas weiter geht, ist man wieder aus dem Center draus. Und man läuft wieder in flach gebaute Wohnsiedlungen, was die Stadt enorm, enorm, enorm lang macht. So, also dieser Ausflug hat sich gelohnt, weil ich habe jetzt von Vodafone, habe ich eine neue Karte bekommen. Somit bin ich wieder online bis Richtung Oakland. Und in diesem Center, habe ich gesehen, haben sie Free Wifi. Das habe ich auf dem Campingplatz nicht gehabt. Und entsprechend kann ich jetzt hier noch mein Office erledigen. Ja, das heißt, ich werde jetzt hier in diesem Warenhaus, in diesem, ja, Bereich hier etwas arbeiten. So, ich bin wieder mal bester Laune. Wieso? Das sieht man hier am blauen Himmel. Jawohl. Und ich bin auch super guter Laune, weil es heisst, endlich einmal für die nächsten 10 Tage Sonnenschein heiter bis wolkig. Die nächsten 10 Tage hat es keinen Regen, ausser noch für heute. Wahrscheinlich wird es gegen Abend etwas aufziehen. Aber jedenfalls ist endlich mal die Nassperiode vorbei. Also, ja, laut Vorhersage. Ja, ich war jetzt in New World, musste wieder für drei Tage einkaufen, denn ich komme in den nächsten drei Tagen an keinen Job. Und ich habe ja entsprechend noch eine Überraschung. Und diese Überraschung werde ich euch jetzt mitteilen. Jawohl. Diese Überraschung, die sieht folgendermassen aus. Die habe ich von ganzem Herzen der Familie Hellmann zu verdanken. Euch, ihr Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr mir das ermöglicht und mir dieses Abenteuer gönnen tut. Wer von euch kennt den Film Herr der Ringe? Korrekt. Ich nehme an, so ziemlich alle. Außer ich. Ja, das muss ich jetzt ganz am Anfang noch hier zugestehen. Ich habe den Film Herr der Ringe nie gesehen. Klar habe ich Bilder und kenne ich da die gewissen Episoden, die als Werbung und so weiter amix über den Bildschirm flattern oder an der Werbung irgendwo hangen. Aber ich habe diesen Film noch nie gesehen. Ja, ich schäme mich. Tut mir leid. Jedoch aber werde ich jetzt in zwei Tagen ins Hobbit Village einziehen. Ja, nein, nicht einziehen. Aber es gibt Touren, wo man machen kann, wo man in die Region, in dieses Gelände gehen kann, wo ein Teil von diesem Film Herr der Ringe stattgefunden hat. Und diese Bilder, ich hoffe schwer. Ich werde ganz tolle Bilder machen können. Das Wetter spielt mit. Und somit freut euch auf diese Bilder vom Hobbit Village hier in Neuseeland. Euch, liebe Familie Hellmann, von ganzem Herzen einen riesigen Dank. Euch ist dieses Video gewidmet. Danke vielmals. Blik zurück nach Rotorua. 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 Bis zum nächsten Mal. So, ich schleiche mich langsam an. Schau mal, wie das hier aussieht. Geschlossen wegen zu. Geschlossen wegen zu, das klingt sehr gut. Da ist niemand. Das heißt für mich, ich werde, ich werde, ich werde mein Zelt. Ja, hier aufstellen. Mein Zelt werde ich hier aufstellen. Die sind ja zu, ist ja niemand da. Und ich bin mittendrin, nirgendwo. Und somit ist das hier die beste Möglichkeit. Ich stelle mein Zelt wahrscheinlich gleich beim Eingang hin. Ja, ja. Nein, doch ja. Aber nein, ich mache es nicht einfach so. Da donnert es. Ich habe mit diesem Kaffee, hatte ich E-Mail-Verkehr. Und die haben mir gesagt, dass ich hier hinter diese Steine, ja genau da, mein Zelt aufstellen dürfe und hier übernachten darf. Also ich mache es nicht einfach so. Das wäre, das wäre etwas, ja, etwas dangerous. Because das hier ist Privatareal wahrscheinlich. Aber das habe ich mit ihnen so abgemacht. Und morgen habe ich dann circa noch 30 Kilometer. Dann bin ich an meinem Pausenort, wo ich danach das Hobbit Village besuchen werde. Ich wurde heute verschont und heute ist es ein wunderbar, super genialer Tag gewesen. Ich habe, ja, meine Ohrenstöpsel drin gehabt. Und ja, bin wieder so total, total im Freiheitsmodus gelandet. Weil, ach die Ruhe, die richtige Musik, das richtige Wetter, die richtige Strasse, die richtigen Emotionen, einfach alles hat heute gestummen. Einfach, wow, Freiheit pur. So, jetzt so. I want to have to say a really great thank you here, Fitzgerald Glade Coffee, that I can stay here on your place. This place is wonderful. And I enjoy here now this night and I want to say many, many thanks. And I will think about you later. Ja, da schlafe ich jetzt diese Nacht. Sieht doch cool aus. Und diese Steine, wow, gewaltig. Ja, ich weiss, ich sollte solche Begegnungen viel mehr filmen. Aber, zuerst mal das hier, schaut mal. Ich habe jetzt von den Besitzern ein Nachtessen bekommen, inklusive ein Dessert, schaut an. Das haben sie mir jetzt gebracht und sagten mir, Merry Christmas, schöne Weihnachten. Sie haben eigentlich heute und morgen geschlossen bei ihrem Kaffee. Aber, sie waren so lieb und herzlich und haben mir ein Nachtessen gebracht. Unglaublich. Nochmals zurück wegen dem Filmen. Diese Situation, ich muss einfach sagen, eine solche spontane, herzliche Situation, so einen Moment, nach der Kamera hervorzunehmen, das wäre ihm gegenüber und der Situation gegenüber nicht das Wahre. Aber, ihr müsst euch einfach vorstellen, ich bin für diese Leute ein wildfremder Mann, eine wildfremde Person, die jetzt auf ihrem Gelände hier übernachtet. Es war jetzt ein Gewitter gekommen, da hat er mir zuerst mal das Dessert gebracht. Und jetzt ein Nachtessen inklusive Bier. Und wenn ich hier jetzt noch die Kamera hervorgenommen hätte, und das hätte filmen wollen, das hätte die Situation, die Atmosphäre und so weiter gestört. Und das gehört sich hierbei nicht dazu. Ich brauche vielleicht wieder mal eine Spontankamera, also eine Actionkamera. Aber die, die ich jetzt habe, die ist echt nichts wert. Und die danach aber auch im richtigen Moment einzuschalten, ist auch immer schwierig. Aber diese Situation hier, die muss ich nicht filmen, weil die kam vom Herzen. Und da die Kamera hervorzunehmen, mache ich nicht, nein. Schau mal. On this time, on this situation, for you, really, really a big Hawk and a big thank you. You are beautiful, and I wish you for 2023, and all thousand years ago, only the best. Thanks so much. I enjoy my dinner now. Ich bin noch ein bisschen am Spazieren. Ja, 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 wenn du willst, kannst du mitkommen. Ich tue nur, nein, nein, keine Angst, ist alles gut, ist alles gut. Ja, ja, alles gut. Ja, so ist es. Neuer Tag. Ich habe mich ganz fest zu bedanken. War eine super gute Nacht. Es war ruhig. Bis 9 Uhr hat es noch gewittert und dann war alles ruhig. Heute Morgen habe ich jetzt etwas lange, etwas sehr lange gebraucht, weil ich habe die Sonne gesucht, um das Zelt zu trocknen und ich habe es richtig gemütlich genommen, weil ich darf heute erst auf 16 Uhr an meinem Zielort ankommen. Ich habe nur 30 Kilometer, jetzt haben wir circa halb neun und damit weiss ich, in 15 Kilometern ist ein Picknickareal. Dort mache ich Pause, dort sollte ich neun Uhr dort sein, neun Uhr, sorry, elf Uhr dort sein spätestens und dann laufe ich weiter die nächsten 14 Kilometer, dass ich so auf 16 Uhr an meinem Ziel angekommen bin und dann, jawohl, morgen gehe ich in dieses Village. So und jetzt habe ich 500 gefährliche Meter vor mir. Der Besitzer hat mir schon gesagt, dass hier diese Strecke sehr eng ist. Man sieht auch an was. Ja, da muss ich jetzt gut aufpassen. Aber da ich ja bis 16 Uhr Zeit habe, kann ich auch zwei Meter auf die Seite stehen für 15 Minuten und dann kommt das gut. So, Lik, einmal Bus, dreimal Lastwagen habe ich überlebt und jetzt, wow, so schön. Bis zum nächsten Mal. 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 So, mein Zelt steht. Und das ist meine Aussicht. Und ich darf jetzt so lange filmen, wie ich noch möchte. Weil ich habe an diesem Ort doch noch eine Steckdose gefunden. Somit werde ich nachher mein Laptop, mein Handy und diese Kamera wieder auffüllen. Und dann bin ich für morgen gewappnet. Und dann gibt es, ich meine, heute hat es schon gewaltig, gewaltige Bilder gegeben. Was morgen abgeht, morgen, das werden wir dann sehen. Ich mache jetzt hier meine Wäsche, esse nachher was und ich wünsche somit schönen Feierabend. Ja, liebe Familie Hellmann, das Abenteuer kann jetzt starten. Ja, wie ihr seht, ich bin jetzt hier beim Movieset von Hobbiton. Das Ganze läuft hier jetzt so ab. Man kann also nicht alleine auf eigene Faust in dieses Dorf rein, sondern, ihr seht hier hinter mir, ist der Shop, ist der Tour und so weiter, ist es Kaffee und so weiter. Dort holt man sich ein Ticket. Wenn man das Ticket hat, steigt man in einen Bus und dieser Bus fährt dann in dieses Dorf dort nach hinten. Also man kann nicht auf eigene Faust nach hinten, sondern das ist alles organisiert, damit dort hinten auch ein gewisser Ablauf stattfinden kann. Ich bin jetzt in 10 Minuten am Einsteigen und werde danach von dort, vom Village, Hobbiton Village, euch die tollen Bilder zeigen. Let's go! Zwei Minuten für den Kinderschutz. Und heute gewinnen wir das Thema ein. Wie sieht ungefähr ein Interventionsschema aus, falls es in einem Verein zu einer Vermutung eines sexuellen Überriebs kommt? Eine Trainerin, ein Trainer wird aufmerksam auf eine Situation, die ihm, die ihr Suspekt vorkommt. Die Vermutung entsteht, dass ein sexueller Missbrauch stattfinden könnte, hier im Verein. Die Trainerschaft wird das Ganze mal beobachten und notieren und sich behutsam dem Kind nähern und das Kind auch fragen, wie geht es dir, wie fühlst du dich bei uns und so weiter. Gibt es spezielle Situationen, die du nicht gerne hast? Und so versucht die Trainerschaft mal zu spüren, ob das Kind bereit wäre, um eine Aussage zu machen. Ist es kein bereit, eine Aussage zu machen? Nimmt die Trainerschaft das Ganze auf. Es werden keine Suggestivfragen gestellt, nur offene Fragen, die das Kind von sich aus erzählen kann. Darauf hat die Trainerschaft, welche diesen Vorfall beobachtet hat, die Pflicht, sich beim Verein zu melden. Es wird im Verein ein Team gebildet, welches sich um diesen Fall kümmert. Es müssen Personen sein, welche nicht in Kontakt mit der beschuldigten Person stehen, beziehungsweise nicht in näheren Kontakt und das Ganze auf einer Distanz anschauen kann. Dieses kleine Team wird diesen Fall bearbeiten, beziehungsweise alles notieren und weitere Massnahmen besprechen. Das Team wird, falls der Verdacht sich verhärtet, sich an eine Fachstelle wenden, um fachmännisch begleitet zu werden. Die beschuldigte Person, der Trainer, die Trainerin, welche beschuldigt wird, allenfalls einen sexuellen Missbrauch begangen zu haben, wird nicht angesprochen. Denn so könnte die beschuldigte Person ein Alarmsignal erkennen und sich zurückziehen und das Kind beeinflussen mit Drohungen. Entsprechend, die beschuldigte Person wird nicht angesprochen. Das wird dann ein Fall sein für die Polizei, falls es dann zur Anzeige kommt. Sollte eine Anzeige in Erwägung gezogen werden, wird das Interventionsteam vom Verein, das kleine Team, die Familie mit ins Boot nehmen und das Gespräch mit der Familie und dem Kind suchen. Und dann wird die ganze Familie und das Team mit der Fachstelle begleitet, bis es zur Anzeige kommt. Wenn dann die beschuldigte Person angezeigt wurde und auch verurteilt wurde, hat die Person ganz klar keine Auftrag mehr mehr, in diesem Verein zu tätigen. Diesen Punkt muss dann aber auch miteinander besprochen werden, wann diese Betreuungsperson nicht mehr in die Turnhalle, in den Verein rein darf, um das Kind frühzeitig zu schützen. Falls das Ganze aber nur eine Vermutung blieb und sich als nichtig erscheinen würde, dann ist wichtig, das Ganze zur Akten legen, das Ganze notiert auf der Seite zu haben, für ein weiteres Mal vor allem einen Moment auftauchen würde, wo wieder ein Verdacht stattfinden wird. Und jetzt zurück in den Film. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Jawohl, diese Tour ist langsam zu Ende und ich muss ganz klar sagen, ich bin hell begeistert. Und auch wenn ich bis jetzt noch keinen Film gesehen habe, der hier gedreht wurde, muss ich ganz klar sagen, fantastische Tour gewesen. Wir liefen jetzt hier über das ganze Gelände hinweg und uns wurden die verschiedenen Geschichten erzählt, wo welche Station, was gefilmt wurde und so weiter. Und wie das hier gepflegt ist, aufgebaut ist, ganz klar ein Muss, wenn man hier nach Neuseeland geht. Wenn ihr dieses Dorf finden möchtet, gebt in Google ein Hobbiton Village oder Manta Manta, das ist das nächste Dorf. Ihr könnt auch von Oakland oder von einer anderen Seite, könnt ihr auch Touren buchen. Jedoch, es kommt günstiger, wenn ihr hier vor Ort beim Restaurant ein Ticket kauft, dann mit dem Bus hier reinfahrt und fantastisch. Und ich darf auch ganz klar sagen, ich hatte natürlich jetzt auch riesenglück mit dem Wetter, weil das gab so gewaltige Bilder. Ich habe diese Bilder habe ich auch mit Komoot aufgenommen. Geht auf www.klickehier.com.com und dort werdet ihr alle Fotos noch finden. Und das müsst ihr besuchen. Meine Aufgabe ist jetzt, all diese Bilder oder beziehungsweise all diese Filme, die hier gedreht wurden, die muss ich jetzt nachholen und die werde ich in nächster Zukunft einmal anschauen, dass ich die Verbindungen habe. Die Tour wurde super genial geführt und muss ganz klar sagen, das muss man besucht haben. So, wir haben jetzt noch den Schluss und dann geht's zurück.